Säli Säli Mieterland, hoi zäme! An welchem Ort der Schweiz ist der Imo Anker für euch unterwegs? Wir sind heute hier in Fürthalen. Wo ist Fürthalen? Das ist am Rand von Schaffhausen. Und zwar gehört noch zu Zürich, aber ist wirklich in unmittelbarer Nähe zwei Minuten von der Stadt Schaffhausen. Hier unten fliess ein schönes Rhein mit wunderschönen Grillen und Plätzchen, wo man breteln und bedeln kann. Ebenfalls haben wir hier hinten unsere schöne Festung, die Festung Muno, die Wahrzeichen hier von Schaffhausen. Wir sind im Einfamilienhausquartier in erhöhter Lage. Präsentiere ich euch heute hier ein Einfamilienhaus auf 773 Quadratmeter Grundstückfläche steht es. 1937 erbaut und 2013 komplett neu renoviert. 165 Quadratmeter Wohnfläche bietet das Ganze. Und ich werde sagen Leute, wir gehen uns jetzt im Übrigen an. Die Garage für 40 Quadratmeter plus aus dem Parkbad, die dazu ist. Unser Haus hat drei Etagen und ganz viel Privacy. Zwei Aussenbereiche und zwar auf der rechten Seite mit viel, viel Abendsonne, mit der wunderschönen Terrasse und dem direkten Zugang zum Wohnbereich. Ich würde sagen, wir fangen jetzt unten miteinander an. Bitte schön. Everywhere I go, I tie your world to my, we're tall and alive. Hier sind wir im Feuidablen schönen Atem. 2013, habe ich schon gesagt, ist alles komplett neu gemacht worden. Hier hatten wir zwei Zimmer. Darauf hat man eines Grosses gemacht. Irgendwann ist ein Haus oder ein Büro, das hier immer schön angenehm frisch ist. Den Zugang zu unserem Keller mit dem integrierten kleinen Bastenraum tun wir ihn aber separat einblenden. Und jetzt gehen wir den Wohnbereich mit der Hand anschauen. Einfach schön gemacht hier ist die Beleuchtung, die überall für ein sehr grosses, schönes Raumgefühl sorgt. So, wir sind hier im ersten Geschoss. Im ersten Geschoss haben wir den direkten Zugang zu der Terrasse, unser Gäste-WC und der Wohnbereich. Der Wohnbereich, der trumpft auf der ganz vielen Fensterfronten, sorgt für ein schönes Hausambiente. Und, zu meinem Highlight, eine wunderschöne Aussicht hier auf Schaffhausen und dort auf die Festung Muno. Das ist unsere Küche. Sie ist offen. Sie ist moderner. Sie ist freischwebend. Mit einer grossen Induktions-Kochplatte. Ebenfalls einem schönen Lavabo. Alles im weissen, schönen Haul-Design. Den Zugang zu der Terrasse kommen wir näher zu. Und jetzt, Leute, gehen wir in unser Zimmer. Das Zimmer hat eine schöne, angenehme Grösse, auch hier. Grosse Fensterfronten und all-suites Badezimmer, die inkluiert ist, hier eine Regendusche. Und ebenfalls sehr schön eine ganz grosse Spiegelfront. Im Übrigen eine heizte Spiegelfront. Das bedeutet, man kann so viel Dampf verzeugen, das wird niemals anlaufen. So viel zum Wohnbereich. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter hoch. Im Obergeschoss, ihr Lieben erwartet mich, auf ein grosses Feudabus-Gästezimmer. Das Gästezimmer hier hat einen wunderschönen Mitblick. Ein Bereich nur für sich alleine. Die integrierte Garderobe, der grosszügige Schlafbereich mit einem neigen WC und die Vorrichtung, die schon da ist, für eine neige, schöne Haussuite-Dusche. Zum ausverbrennen. Die brauche ich mir nicht. Und jetzt sind wir auf unserer Veranda. Im Frühling, alles schön grün, läutet der ideale Ort ein ladförmlich ein, um hier nach dem Feierabend ein Bier zu geniessen. Und in der Feuerschale selbst zu breten. Und am Tag ein wohlverdiente Feierabend zu geben. Zusammenfassend, ihr Lieben, hier in den Feuertalen, bei unserem wirklich zauberhaften Einfamilienhaus mit ganz viel Charme. Bietet 165 Quadratmeter Wohnfläche, 137 Quadratmeter Nutzfläche. Einen schönen Garten, einer idealen Lage mit ganz viel Privacy-Leute. Ein Häuschen, das die Familie, das das Wertschätzen weiss, wartet. Mein Name ist Anker, Sascha-Mark Anker von ImmoAnker und ich freue mich sehr, das doch spezielle, schöne Zuhause euch persönlich vorzustellen. Mit diesen Worten, ihr Lieben, bis bald. Nein, und nein, nicht zu vergessen. Einen ist Anker, ImmoAnker. Tschüss. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.